Schaffen wir es noch? Der Bus fährt in 15 Minuten ab. Wir haben nicht viel Zeit. Endlich kommt das Taxi. Guten Morgen! Wohin müssen Sie? Wir müssen zum Busbahnhof. Verreisen Sie etwa? Ja, wir besuchen Freunde in Wien. Wann fährt Ihr Bus ab? Wann fährt Ihr Bus ab? In 10 Minuten. Das wird knapp. Tut mir leid. Es gibt viel Verkehr. Das schaffen wir nie. Wir werden sehen. Wir sind fast da. Dort steht unser Bus. Oh nein! Der Bus fährt ab. Er ist abgefahren. Der Bus ist abgefahren. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Es gibt einen zweiten Busbahnhof. Am Stadtrand. Es gibt einen zweiten Busbahnhof. Am Stadtrand. Und wir können dort zusteigen? Und wir können dort zusteigen? Nur, wenn wir schnell genug sind. Nur, wenn wir schnell genug sind. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gute Reise. Gute Reise. Wir werden auch auf die Schussamafste. Unsere Beine. Ohne. Die Schussamafste.